Was ist das erste Produkt in Sachen Leuchtteknik? Für die Firma Tronit ist das das erste Produkt in Sachen Leuchtteknik. Formal auf ein Minimum reduziert, passt es sich hervorragend anderem Mobiliar an. Und das Ganze mit einer Technik, die absolute state of the art ist. Die Leuchte hat keinen Lichtschalter mehr, nahezu berührungslos aus- und einschaltbar. Die Lume ist mit acht Power-LEDs ausgestattet. Der Stromverbrauch ist minimal bei sehr gutem Leselicht. Die Leuchte verfügt über eine Einschlafautomatik, dass sie das Licht automatisch löscht. Blumen wird komplett in Frankenberg hergestellt. Hier werden die Stähle gekürzt, gebogen, geschliffen und später mit der Lichttechnik ausgestattet und an den Gruppen ausgeliefert. Der Anspruch, eine Leuchte für die Firma Tronit zu machen, war sehr hoch. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine solche einfache Form neu zu interpretieren und die gesamte aufwändige Lichttechnik des 21. Jahrhunderts einzubauen. Die Leuchte Die Leuchte Die Leuchte